Hi, hier ist der Schuh von Curved und ich sitze hier hoch oben in Berlin im Waldorf Astoria und neben mir sitzt der Richard Häusler von Kazam. Kazam ist ja noch eine relativ unbekannte Marke in Deutschland. Richard, was zeichnet Kazam eigentlich aus und was wollt ihr eigentlich am deutschen Mobilfunkmarkt anders machen als die anderen Hersteller? Ja, das ist richtig. Kazam wurde erst 2013 gegründet. Der Rollout erfolgt jetzt in ganz Europa, in Deutschland jetzt aktuell. Was uns auszeichnet ist zum einen das breite Produktportfolio. Wir haben Dual-Core, Quad-Core und Octo-Core Produkte und wir haben einzigartige Serviceleistungen wie beispielsweise eine Bildschirm Displaygarantie, zwölf Monate und Kazam Rescue. Für den Handel sind wir interessant, weil wir eine Vertriebsmannschaft haben, die den Handel vor Ort auch betreut und für den Endkunden natürlich die Displaygarantie. Die Displaygarantie, wie funktioniert das jetzt? Beispiel, ich habe ein Kind, das haut da mit seinem Spielzeug drauf, Display kaputt, kann ich euch dann anrufen in dieser zwölf Monate und sagen, gib mir bitte ein neues Handy oder tausche das Display aus? Genauso funktioniert es. Also entweder gehe ich direkt zu meinem Händler vor Ort, wo ich gekauft habe, sagt, mein Display ist kaputt, dann übernimmt der die Sache. Die Reparaturzeit beträgt nicht länger als 72 Stunden oder ich rufe die Hotline an, die einem dann helfen, dann kann man auch das Produkt direkt zu uns senden. Okay, das heißt, ihr nehmt das Gerät zurück, tauscht das Display binnen 72 Stunden aus und dann kann man das weiter benutzen. Entweder das komplette Gerät oder das Display, je nachdem. Da war ja noch das andere Feature, Rescue. Was kann ich mir da noch vorstellen? Es gibt eine App bei euch auf den Geräten vorinstalliert und was kann dieses Gerät dann für mich tun? Genau, wir haben eine App auf dem Gerät, die nennt sich KASAM Rescue. Mit dieser App kann ich mein Telefon fernwarten lassen im Endeffekt. Das heißt, ich rufe die Hotline an, gebe der Hotline frei, dass sich der Administrator von der Hotline auf mein Telefon einwählt. Ich muss ihm dazu natürlich die Freigabe ermöglichen, über einen PIN und er kann dann eben zum Beispiel bei Problemen helfen, wenn der Endkunde sagt, mein Wi-Fi funktioniert nicht, ich habe keine Verbindung mit dem Netz oder mein Telefon wird immer langsamer und der Endkunde sieht dann auch auf seinem Android-Telefon, was der Administrator gerade macht. Okay, das ist also so eine geführte Bedienungsanleitung von euch. Genau, es ist in vielen Fällen so, dass das Produkt vielleicht gar nicht kaputt ist, sondern dass vielleicht der Endkunde vergessen hat, Fastphrase einzugeben beim Wi-Fi. Deshalb funktioniert Wi-Fi nicht. Ja, zwar eine Anzeige, aber es geht nicht. Es gibt andere Dinge, er hat zu viele Apps auf oder das Gerät muss mal gereinigt werden vom Speicherplatz her. Das kann alles der Kollege in der Fernwartung machen und dem Endkunden helfen. Es kann natürlich aber auch sein, dass das Gerät dann doch einen Defekt hat und doch zum Handeln muss bzw. in unseren Service muss. Wie ist es jetzt mit den Eingriffen? Muss ich mich jetzt vorher bei euch irgendwie registrieren, also personifizieren diese ganzen Daten? Was kann der Administrator eigentlich von meinem Handy aus bedienen alles? Also es gibt ja sehr sensible Daten, die man vielleicht nicht unbedingt weitergeben möchte. Ja, zum einen obliegt die Entscheidung natürlich dem Endkunden, ob er hier sehr datensensibel ist und sagt, das will ich auf keinen Fall, ich will das Gerät einschicken, nur dann muss er das Gerät sowieso auch von seinen Daten befreien. Wenn er die Genehmigung erlaubt für Kassam Rescue, sieht er, was unser Administrator macht. Wir gewährleisten ja auch, dass keine Daten runtergeladen werden, das heißt der Administrator sagt immer, was ich jetzt an einem Telefon tue und im Endeffekt geht es darum, dass wir ja ansonsten einen sehr hohen Anteil haben an Produkten, die in den Servicekreislauf gelangen, aber keinen Fehler haben. Also oft ist es ein Bedienfehler oder in dem Moment ein Netzwerkfehler, was auch immer und dem wollen wir entgegentreten und dem Kunden helfen, dass sein Produkt möglichst schnell wieder richtig funktioniert. Ihr habt es gehört, Kassam steigt jetzt in den deutschen Markt immer hinein mit zwei uniken Features, wie zum Beispiel Rescue und eben halt die Displaygarantie zwölf Monate lang. Wie oft darf ich das zwölf Monate lang kaputt machen? Einmalig in den zwölf Monaten natürlich nur. Einmal kann man das Display dann eben halt kaputt machen und dann wird das eben anstandslos repariert. Das war es von hier aus Berlin mit Kassam und mit dem Richard. Alles weitere erfahrt ihr natürlich bei uns auf der Webseite auf kauf.de. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.